Hallo zusammen, Aizoke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Krausige Heiler anzunehmen bei Tawoshi im Tal der Ewigen Blüten. An dieser Position ist eine wiederholbare Quest, die verfügbar sein kann, wenn so ein Angriff von Insot auf das Tal stattfindet. In diesem Bereich nennt sich Angriff der unendliche Schwarm. Aber selbst wenn dieser aktiv ist, muss es nicht unbedingt sein, dass diese Quest verfügbar sein muss. Nun sieht man hier fünf Questgebiete. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich fliege gleich mal ins erste und schau mal, wie diese Bärenzauber-Mantis aussehen. Also der gehört schon mal nicht zu Quest. Auch nicht. Da Bärenheiler. Ok, Bärenheiler zählen zu Quest. Bärenheiler, der will tick. Dahinten ist auch noch einer, der wird bekämpft. Hau ich auch mal drauf. Looten müssen man sie nicht unbedingt. Aber ja, wieso nicht? Da ist noch so einer. Im Quest steht zwar Bärenzauberer, aber die heißen Bärenheiler. Gut. Schauen wir mal ein weiteres Questgebiet an, wie es da so aussieht. Dieses Gebiet finde ich nicht so toll, durch diesen ganzen fliegenden Mantis. Und was ist hier? Drohne, Drohne, Drohne. Hm, vielleicht sind sie oben. Im Questgebiet bin ich. Also die Fliegenden zählen schon mal nicht dazu. Also das Questgebiet finde ich doof. Da gehe ich gleich mal weg, weil durch die ganzen fliegenden Mantis kann ich abgemontet werden. Und dann Fallschaden. Und Tod ist ganz toll. Hier sind Krieger, die brauchen nicht. Und wie man sieht, diese Bärenheiler sind ziemlich selten. Krieger, Krieger, Krieger. Im Questgebiet bin ich. Ohne Bärenformer. Ah, Bärenformer zählen auch dazu. Okay. Ja, muss man wissen. Ich glaube, jetzt sollte ich zwei dazu bekommen, oder? Ja, da sind zwei Bärenformer dabei. Und das ist der vorletzte Mob, den ich benötige. Der zählt wieder nicht dazu. Dahinten ist auch nichts dabei, was zählen würde. Gut. Dann schauen wir mal beim nächsten Questgebiet vorbei. Und Schnellklinge, Schnellklinge. Bärenformer, da ist noch so einer. Damit ist, da wäre auch noch ein Bärenheiler. Und hier sind mir ein Haufen Mobs gefolgt. Ganz toll. Aber das schaffe ich schon. Quest ist jetzt bereit zur Abgabe. Also da wäre noch so ein Heiler. Was ist hier noch? Heiler. Ja, die sind so bei den Gruppen dabei. Immer einzeln. So, dass man Haufen unnötige Mobs bekämpfen darf, muss. Um an diese Heiler dran zu kommen. Beziehungsweise. Wie hießen die in der Quest? Während Zauberer. Mhm. Ich zeige euch noch, wo man die Quest abgibt. Warum war die so reingezoomt? Mhm. Egal. So. Quest ist abzugeben bei Taoshi. Im Tal der ewigen Blüten. An dieser Position. Hoffe mein Video konnte euch helfen. Falls ja, dürft ihr mir gerne auch helfen, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnier Knopf ein. Würde mich freuen, wenn ihr den anklickt. Aizoke Ende.